aber macht nichts kannst ja auch erst mal abend ich das auch mit der die hohe abend sehr geil okay thanks ich habe nämlich kein read mehr wie das aus sich ausgerietet ok cool so dann kann ich nämlich hier auf jeden fall noch kühe halten oder so mal schauen gesundheit und dann oder nee hier kann ich noch kühe halten und irgendwo muss noch bäume anpflanzen schauen wir mal auf jeden fall brauche ich noch ein paar fences oak fanzies fancy oaks fans fans ah bj lock ok bj thingies machen wir da draus exactly was denen machen wir die sticks weil ich baue eh nix aus bj momentan also bj sticks was einfach nur sticks ergibt es geht moment was welches ich sehe das hier stehe hier oben was ist damit was was warum mit rausgefallen ist dahinten dran schon wieder du sag du sag man ich fasse es nicht weil da kann jetzt jeder in meine bude durch das gemälde spazieren ja nein nur du und ich nein na dann wenn das ist falsch die sticks kommen nicht mit fences jo or fences in the house alright boom So, das war ein Oak-Fence-Door. Okay. Steak, Stack, Steak, Stack. Und dann, ups, das ist kein Stack mehr. Great. Okay. Da hab ich da jetzt gerade ein Fence hingehauen. Warum? Why did I do that? Noink. Hör mal auf meine Bude auszuhöhlen, wenn die irgendwann zusammenbricht wegen dir. Ich seh's kommen, ey. So. Zu. Kopf zu. What happened here? Da ist noch ein Weed Seed. Ist vorbeigefallen beim Binhaue. Aber das macht nix. Mein Feld vergessen. Ah, jetzt ist doch schon wieder abgefackelt, ne? Okay, dann baue ich's anders. Oder hast du's geklaut? Nein, hab ich nicht. Weil da drüben fackelt's nicht ab. Ich raff's nicht. Ich hab auch keine Ahnung. Ja. Nein, wirklich nicht. Vielleicht. Ja. Vielleicht. Feuer tickt. Na gut, ich lass das jetzt mal offen. Haben wir noch 44 Stück, okay? Denn, kann ich alle Tiere in einem Ding halten? Wahrscheinlich. Ja, aber es wird nochmal Zeit echt anspring. Okay, dann machen wir das nicht. Auf jeden Fall ist das hier der Startpunkt. Ew. Fuck off me. Äh, hier entlang. Das hier. Ah, wie sieht das denn aus? Great. Nichts. I don't like that. Voll. Oh man. Ach, du bist's. Okay, daneben. Moment. Hier. Da. Jaik. Und dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jaik. Und so weiter. Und sofort. Yes. Brauche ich nur noch Tiere, die ich da reinlogge. Dich zum Beispiel. Womit kann ich nicht da reinloggen? Ah, ich weiss schon. Mit dem Dildo aus dem Schlafzimmer. Schönes Wetter haben wir heute. So. Und eine Tür bitte. Fake Door. Ne, Real Door natürlich. Joink. So, dann können wir hier schon mal Tiere reinmachen. Nix. Mäh. Maul. Mäh. Maul. Ah ja. Das Vieh hat mich gerade angemäht. Das geht ja wohl mal gar nicht. So. Mäh. Überall Fackeln anbringe. Da. Da. Und da. Und der. Okay. So, ich gebe dem Ding da jetzt noch eine Chance in der Eck. Ja, super. Was hast du denn gemacht? Aber geil. Kommt halt auch keiner durch, ne? Okay. Wenn das mal nicht sicher ist. Das brennt nicht ab. Ich glaube ich muss... Was? Das brennt nicht ab. Das brennt nicht ab. Das stimmt. Ich wollte mal testen, ob es überhaupt noch abbrennt. Doch erstmal deine komische... Brick... Brickwall... Rieck. So. Das beobachten wir jetzt mal. Ich setze mal eine Fackel oben drauf. Sicher ist sicher. Damit das Ding auf jeden Fall abbrennt. Und wenn nicht, muss ich diese Fackeln nämlich versetzen. Kann ich die eigentlich löschen? Hä? Die großen Fackeln. Kann ich die löschen? Kann ich die großen Fackeln löschen? Naja, das... Was hier auch unten brennt, das... Netherrack. Ja, ja. Kannst du löschen, ja. Mit... Mit dem Feuer oder wie? Du klopfst einfach drauf. Echt? Ich klopf mal mit der Fackel drauf. It's aus. It's aus! Okay, dann... Sicher ist sicher. Joink. Lassen wir die zwei mal aus. Die muss ich dann versetzen. Und ja, das sieht auch eigentlich schon mal ganz annehmbar aus gerade. We can work with this. So, das da raus. Smashen, smashen, smash, smash, smash. Smash. Okay. Und normale... Stone drin. What? Nicht die Bucket, alter. Ist die Bucket. Stone. Rockstone. Buckstone sozusagen. Sauber. Das habe ich richtig geil gemacht. Ja, genau. So. Okay. Soweit. Gut. Ja. Ich glaube, das muss einfach noch zugebaut werden. Es geht nicht anders. Ja, super. Stone ist aus. Ah, nee, doch nicht. Wow. Bist du gerade explodiert? Das kam aus deinem Haus, Mann. Was? Der hat es gerade Bäm gemacht. Als wäre der Blitz eingeschlagen. Hä? Hier sind vier Skeletträte. Aha. Die waren es. Was? Hä? Hä? Kann ich eigentlich auch da draußen eine große Door machen? Braidfakedoor.com? Nein. Die bleiben so einzeln. Ja? Dann. Bucket. Gibt es eine große? Nee, wahrscheinlich nicht. Nein, nein. Das habe ich befürchtet. All right. Na gut, dann lassen wir es trotzdem so. Es sieht aber irgendwie scheiße aus jetzt. Egal. Mach ich mir dann Gedanke drum. Sword Fun. Komm, jetzt mal zu dir in die Bude, wenn ich hier ein bisschen aufgeräumt habe. Oh ja. Ich hoffe, du hast auch aufgeräumt. Hey, wo war's? Come. Hey. Äh. Cobbl. Cobbl. Cobbl? Warte. There we go. Stone. Äh. Yep. Ja, auch Stone. Tauchen durch Cobbl. und den Rest lagere ich erstmal ein. Moment, das sind Stone Breaks, Stone Breaks Treppe. Wo ist sie hin? Goddammit. Here we go. Okay. Verarbeitete Oak Fences, da hatte ich sogar noch welche, verdammt. Oak Fence Door. Ah, Stone Breaks, okay. Stone Shiite, Stone Water, Birch Log. Ah, jetzt haben wir das. Bruce Log habe ich sogar hier, cool. Bubble Stone. Äh, so, jetzt die Ex. Dann die Scheiße, yay. Das war doch schon mit Wolf in der Arsch. What is happening down there? Ist schon wieder am Start, hörst du doch. Ne. Ne, klang so. Okay, ne, Gunpowder. So, all right. Können wir mal Rüstung bauen. Noch mehr Stone. Alles klar. Falsche Kiste. Oh. It's dirt. War kein dirt. It's dirt. Dirt. Kabel. Kabel. Fuck. Ey, ich sollte echt nicht so viel Scheiße einsammeln. Ja, der fliegt weg. See it. Ja. So, Imer. Oak Saplings. Die behalte ich doch gleich mal hier. Granite. Das ist Granit. Gibt da noch mehr Logs. Oak Saplings. Okay. Noch mehr Oak Saplings. Woohoo. Da kann ich ja einen richtigen Wald bauen. Geiler. Shit. All right. Ein geileres Schwert wäre toll. Iron Boobs. Schwert. Brauche ich eigentlich für das Diamantschwert. Zwei Diamanten. Ach, damn it. Schwert. Und die Cobblestone kommt hier rein. Tschüss. Oh, Ironingots. Was geht eigentlich mit den Federn? Wofür sind die gut? Feile. What? Feile. Ach, Feile. Ja gut, ich hab mir noch keinen Bock gebaut. Komm it. Komm, nom, nom. Weil irgendwie würde ich gerne mal mein Wohnzimmer bauen. Außer, dass da die Trapdoor an der Decke hängt. Ist hier nichts drin, ne? Hmm. Ah. Das ist mir echt zu riskant. Okay. Na, die lassen wir mal an. Ah, und es ist instant dunkel hier. Jetzt auf jeden Fall. Ach, Alter, wie groß dein Haus ist. Was ist das denn hier? Beuze Frito für Tote und Trauernde. RIP. Laguna, der erste auf ein Abenteuer verbrannt. Was? Wir sind in Lava gefallen, ne? Jim, der Händler. In einem Busch zu Tode gepickt. Sonst liegt hier noch keiner. Okay. Das finde ich eigentlich mal ganz in Ordnung. Der Friedhof. Hast du dir einen Panner da oben dran gehängt von denen, die du eben gekillt hast? Ah, ich brauche auch einen Briefkasten. Ich muss mir einen bauen, ey. Private the Void. Was du alles hier drin hast. Doggie Farm. Bis zum nächsten Mal.